Wo doch nicht? Kann ich helfen? Nein. Ich hab so ne Markmühleform. Ein Tee. Ja, das spielst du mir nicht ganz einfach so an, wenn die reinpasst. Ja, ich weiß, Spiel. Ich hab's ja auch fast. Hoffentlich. Ja, was ist denn das? Ja. Ja, das wäre echt wahr. Moment. Komm weg da. Na? Ja, okay. Ich glaub du hast es gleich. Ja, fast. Jetzt dreh ich den Scheiß. Ich glaub ich mach die ganze Zeit nur Scheiße, kann das sein? Dreh. Kaffin, komm weg. Na na na. Ja. Fast. Nein. Aber ich glaub es funktioniert jetzt. Ja. Und rein drücken. Ja. Ach die Scheiße. Nächste Part schon längst angefangen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Snipperclips. Ja. Bestes Spiel. Together Spiel ever bisher. Naja, wir haben's noch nicht über unsere Switch gespielt. Das wird bestimmt auch geil. Aber bisher ist das hier das beste Two-Player-Game, was wir je hier hatten. Das ist echt richtig geil. Was ist das denn? Ah, geil. Du musst es da hinten zu dem anderen Typing da bringen. Schreib mich mal so rund ab. Rund. So, so in etwa. Ja genau. Geh da weg. Jetzt brauchst du mich als Sprungbrett gleich. Ja. Ich bin schon da. Moment. Ich... Hoch. Genau. Genau. Yeah. Und jetzt komm her. Ja. Ja. Muss ja auch mal sein. So, Fischer fischen. Fischer's frisch. Frisch 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 müssen die zwei fische da reinkriegen die roten und einen roten und einen grünen warte sollte ich so schneiden dass du besser den schalter betätigen kannst nein es passt schon nein das musst du nein du geh mal zurück wir müssen warten bis die fische dahin schwimmen wollen aber nicht geschießt geschießt nicht du du bist scheiße schmeckst nicht der rote genau ja als ob der rot ist mit bei jeder ist nicht drauf guck jetzt war ja so wieder abgehauen ja die hauen immer ab das ist scheiße muss dahin die fläche kommen sie hin ja ich kann ja ich habe einfach gegen die da war man jetzt nicht so es kommt drauf 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 steig ein dem passagier in die hölle los komm jetzt steig ein wieder rein das ist doch nicht wahr alter kommt jetzt muss ich komme ich irgendwie mit ins wasser rein stell dich mal unter mich dann kann ich helfen die tubs der kauf der gegen hat nicht auf die schnappen sondern schiebt hier rüber gott ja genau nein nein dass sie wieder verloren die roten und den grünen muss beide festhalten beide erstmal ein hauschen nehmen die beide so weiter ich will es und ich will es mal versuchen bei den zu bekommen lol der grüne ist tot nein also da sind die oben da kommen jetzt nicht an grünen noch schnell schnapp dir die grünen ich habe alle aber egal los nein 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 du hättest dich auch du hättest du hättest dich richtig bewegt nein leider was machst du die ganze den grünen aus was ist das scheiße der hier soll hier raus wenn ich so jetzt geht bring die mal herunter jetzt sind die wieder hoch ich werde mich mal so drehen na komm fischi 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 frischfutter ja aber jetzt weiß ich nicht wie ich den noch hinkriegen soll machen wir schon mal hoch fahren wir den schon mal ich bin jetzt gerade am scheiß tut mir leid der snipper clip muss auch sein geschäft machen hier gar nicht und den grünen habe ich gleich mit ja genau nein 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 der rote ist wieder drin und rinder ins wasser ja jetzt suchen wir den roten wenn er kommt der kommt nicht der weiß ja sie doch wir fangen den ein der will nicht nicht du komm weg da weg weg hab ihn ich hab ihn jung gemacht er geht nicht jetzt geht er und jetzt rein da ne weiter nochmal kommst du nicht hier feige so wird genauso wie beim anderen mal rausspringen funksiert aber nicht wenn ich aufsicht habe hier ja bin hier nachtwächter fnaf nach rechts akutprinzessin was akutprinzessin wenn ich mich nicht verguckt habe heißt die slurry oh was ist das denn ah warte so und das muss ich da irgendwie ran so 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 aber das ist ja die diamanten so was ist da kommt oh so der war so ist da kommt über etwas müssen so 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 jetzt mit gegnern denn gegner müssen wir weg machen irgendwie so dann muss man irgendwie oh god alter was ist denn nötter Und dann muss ich das Hey, das ist ein Geekno despawned So, jetzt so. Äh, hoffen wir mal, dass die Prinzessin da jetzt überhaupt drüber kommt. Mann, Mann! Ich muss mich diesmal hier hinstellen. Nö, kommt sie nicht. Bestimmt, um den Bakterien-Ding da oder was? Drück du mal den Hebel, mach du diesmal was. Okay, so. Nicht das Monster befreien. Ich glaube diesmal haben wir es. Ist da ein kleiner Zentimeter da, der ruiniert ist? Tatsache, er ruiniert ist. Er hat es einmal so ruiniert, ein kleiner Zentimeter da. Musste ich ein bisschen mehr drehen denn? Jetzt. Mach einen Schnips. Ich würde ja auch ausreichen für die Prinzessin. Na? Zurück gesetzt, bitteschön. Ich weiß nicht. Mann, er soll springen. Alter. Ich mach dir nur Müll, Alter. So. So? Jetzt springe. Mit B kannst du springen. Ja, das... Ja. Wie dieser kleine Zippe da ruiniert alles. Wer macht diesmal Hebel? Ich oder du? Ah, du. Cooles Spiel. Okay. Oh, let's go. Ja, ich hoffe... Ja, wir haben's. Weiter. Ja, wir haben's. Ja, und jetzt kommt nur 3. Das wird es bestimmt richtig hart. Oh mein Gott, Tatsache. Man muss jetzt erst mal gucken, wo der eine... Okay, der ist da. Oh scheiße. Ach, wir haben... Ja, wir haben es gekannt. Ich hoffe einfach, dass das Monster da nicht rausholt. Du, vielleicht bewegst es sich. Nee. Die kann ich sprengen. Oh, Alter, was wollte ich jetzt wirklich echt... Jetzt sind wir wirklich die Eier polieren hier? Das wollen sie mir echt gegen. Da ist noch eine Mini-Wand. Jetzt. Das wollen sie mir echt gegen hier. So. Ich brauche ja auch deine Hilfe. Fuck. Nein, 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 nein. Das machst du jetzt nicht. Ein bisschen rüber. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Nein, nein, nein. Andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung, auch in eine Richtung, eine Richtung. Das ist schon gut. Ah, nein, runter. Oh. So, ich hoffe, der Gegner kommt da nicht raus. So, jetzt noch mal weiter. Du. Andere, nee. Andere Seite. Andere Seite. jetzt musst du wieder machen eigentlich ist nur runter so andere schon ja so jetzt wieder andere jetzt haben wir es war cool es war auch echt knifflig wirklich so jetzt kommt voll in form 4 let's do this wir müssen einen fisch machen ja das wird schwierig als es aussieht nein 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 ja ok ne da fehlt noch eine kleine ecke warte mal nee 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 warte mal mach mal so nee dann haben wir aber keine vorgabe das geht so nicht warte mal dreh dich mal warte mal nein hoch hoch so ja und ja man stellt jetzt einfach mal so ich hoffe sie verzeihen das so jetzt ganz kurz das verzeihen sie aber nicht da muss jetzt wirklich warte mal so und dann kannst du da oben gleich warte mhm bisschen ja so wenigstens ungefähr oh gott und bei dir ist jetzt schwer ja bei mir bei dir muss ich jetzt den hintern hier den arsch so in hier wie es okay ult ist ein bist wirklich nur auf schnauze so so mal da reinzukriegen Prozent Kacke doch ja es geht da ist aber auch mega lag gehabt feier ein Lerner noch ein Lerner dann ist Schluss ist erst wieder Dann machen wir im nächsten Part weiter... Ja, eine noch. Ganz viel Herz 2! Oh Gott! Oh Gott! Ja, der erste ist lame. Zumindest dachte ich das. Ja, ok, der erste ist immer easy. Da muss ich dich kurz abschnitten. Ja, ok, mach. Oh, falsche Seite. Ne, passt. Sicher, dass ich dich auf die andere Seite verlagern soll? Ne, geht. Hast du ja gesehen. Böh, im richtigen Regen geballert habe ich den. Und wie sollen wir den da rumkriegen? Ich habe nicht den geringsten, blassen Schimmer, Alter. Ups. Ist nicht mehr. Ach so. Oh Gott! Ja. Ja. Das könnt ihr doch nicht verlangen. Ne, das geht nicht! Das geht nicht! Ne, jetzt übertreiben es wirklich. Das geht nicht. Mach es mal die andere Kugel, die da noch ist. Und kick die runter mit deiner Form. Und durch. Oh Gott! Das ist eine Katastrophe, Alter. Warte mal, ich strecke mich mal. Oh mein Gott, das ist so eine Katastrophe, Alter. Ne, das geht so nicht. Da muss Nintendo irgendwas falsch berechnet haben, würde ich sagen. Ja. Ja. Es muss aber möglich sein. Ansonsten hätten sie das Spiel nicht veröffentlichen dürfen. Ich bin aber eindeutig zu blöd dazu. Verneuer dich mal. Und jetzt versuch mal. Oh! Ich mach... Ich mach... Stell dich mal so hin wie ich...